Ladies und Gentlemen, willkommen im Central Park Zoo. Du lächeln und winken, Jungs. Heute verpfeifen wir uns aus dieser Bruchtbude. Da kommen die Menschen, Marty. Oh, ich liebe die Menschen. Das nenne ich deutsche Vita. Sie hatten immer nur das Allerbeste. Besser kann's nicht werden, stimmt's? Bis sie eines Abends mal um die Häuser ziehen wollten. Abmarsch. Was? Komm schon, zum Frühstück sind wir wieder zurück. Die Pinguine gehen auch. Wow, das ist ja angekommen. Wir sind verpfiffen worden, Jungs. Guten Abend, Officer. Jetzt werden sie verschickt. Klasse, das ist ja einfach klasse. Das ist das Beste, was uns überhaupt passieren konnte. Nein, 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 nein. Hey, hi, wir kommen gerade aus New York. Klaus von euer Leben. Was sind sie? Was sind sie? Oh, oh, oh. Das ist ne Bande von Weicheiern. Mischen wir die Weicheier auf. Was ist das, ein Meerschwein? Eher ein Weichhörnchen. Physikalipid, 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 Physikalipid. Würdet ihr mich kurz entschuldigen? Was machst du denn da? Ich bin zurück nach New York. Hilfe! Alex. Wir müssen die Bekloppten fragen, wo die Menschen sind. Hallo Leute, wir würden gern wissen, wo die... Oh, oh, Verzeihung. Ach, Alex. Marty. Yeah, sowas zeigen wir auf dem Tierkanal nie. Melman. Die Natur, sie greift mich an. Macht das voll. Gloria. Alex. No. Oh, nee. Oh, nee. Oh, nee. Alle zusammen. Oh, nee. Von DreamWorks Animation. Wann wollen wir diese Blechdose mal bänden? Sie sind aus dem Zoo abgehauen... Navigation. ...und haben keine Peilung. Ich will keine Ausreden, sondern Ergebnisse. Madagaskar. Rede mal mit ihm, Alex. Geh rüber und Mundred ein bisschen auf. Halt. Hörchen. Du weine Güte.